Guten Tag, ich bin Sven Holthörf, ich bin Head of PMO and Internal Services bei HILEX und heute spreche ich als Product Owner unserer Software Starjet zu Ihnen. Warum ist Kostenkalkulation für klinische Studien ein großes Problem? Wir kennen sie doch alle, die täglichen Schwierigkeiten der Vollkostenkalkulation klinischer Studien. Meist von uns nutzen selbstgebastelte Excel-Listen. Die sind wenig transparent, schlecht nachvollziehbar, nicht flexibel und fehleranfällig. Keinerlei Flexibilität. Um Fehler zu eliminieren, sperren wir ganze Bereiche in den Excel-Tabellen, nur damit nichts kaputt geht. Gleichzeitig fehlt es vollkommen an Nachvollziehbarkeit der Kalkulationen. Welcher Nutzer versteht schon diese Excel-Tabellen auf Anhieb und warum Ergebnisse so berechnet werden, wie sie berechnet werden. Dazu gibt es ein schlichtweges Problem der Versionierung. Im Herbst müssen wir alle wieder die Personalkostensätze anpassen und wie lange werden sie noch Kalkulationen eingereicht bekommen, die aufgrund alter Vorlagen fehlerhaft sind. Was ist Studjet? Studjet ist vor allem eins. Eine einfach zu bedienende, moderne, webbasierte Softwarelösung für fehlerfreien Vollkostenkalkulationen klinischer Studien. Und Studjet ist vor allem eins erprobt in der Praxis. Wir haben Studjet mit Kollegen, Studynurses, Ärzten, Vertragsprüfern und Drittmittelverantwortlichen genau an den Bedürfnissen ihrer täglichen Arbeit konzipiert und entwickelt. Wie erleichtert Studjet die Kostenkalkulation von klinischen Studien? Studjet bietet Ihnen vor allem Erleichterungen im Arbeitsalltag auf zwei Weisen. Durch eine umfangreiche, aber dennoch leicht zu bedienende Vorlagen- und Redemechanik gewährleisten Sie, dass die Ansprüche Ihrer Organisation jederzeit fehlerfrei funktionierend abgebildet sind, gleichzeitig aber genug Flexibilität Ihren Nutzern offen steht, um die Vorlagen genau nach Ihren eigenen Ansprüchen anzupassen. Zudem ist Studjet jederzeit auf Schnelligkeit und einfache Bedienung fokussiert. Nicht nur Sie als Administratoren sind in der Lage innerhalb von ein bis zwei Stunden ein System bis zu einem ganzen Campus zu konfigurieren und die ersten Studienkalkulationen zu ermöglichen. Auch Ihre Nutzer sind innerhalb kürzester Zeit in der Lage, das System zu bedienen, fehlerfreie Kalkulationen einzureichen. Was kann Studjet, was andere Kalkulationstools nicht können? Studjet ist vor allem eins, eine fehlerfreie Vollkostenkalkulation. Niemand kann Formeln zerschießen, dennoch ist es anpassbar auf die Bedürfnisse der einzelnen Bereiche. Studjet ist jederzeit transparent, es gibt keine versteckten Formeln und Studjet ist vor allem kollaborativ. Ob Sie sich den Experten dazuholen aus anderen Organisationseinheiten oder einfach an einen Kollegen übergeben für die Urlaubsübergabe, keine komplizierten Datei-Uploads, Studjet macht das für Sie von Anfang an. Wie und wo bekomme ich Studjet? Besuchen Sie uns einfach auf unserer Website tlex.systems. Klicken Sie dazu am besten einfach hier. Wir verlinken Sie sofort zu unserer Produktpage von Studjet. Da gibt es ein Registrationsformular, wo Sie einen Termin buchen können. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an studjet.tlex.systems schreiben oder uns unter einer allgemein erreichbaren Telefonnummer anrufen. In Kürze wird Studjet für Sie auch im SAP Marketplace verfügbar sein und wir freuen uns Sie kennenzulernen.